Jetzt wird gekocht und zwar lasse ich mich bekochen von der Krups Cook for Me. Ein wunderschöner Risotto wird mir zubereitet, da kenne ich keine Kompromisse, der muss schmecken. Mein Name ist Corrado Celebre und in diesem Video geht es darum, dass wir auf Knopfdruck mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wunderschöne Gerichte kreieren. Kochen mit dem persönlichen Kochassistenten funktioniert in der Krups Cook for Me Plus wie folgt. Wir gehen auf Rezepte, wählen unser Hauptgericht, in diesem Fall ein Risotto, ein Erbsenschinken-Risotto. Sobald wir unser Gericht gefunden haben, kommt die Frage, für wie viele Personen soll zubereitet werden? Für zwei, für vier oder für sechs Personen? Ich sage für sechs. Er ermittelt automatisch die Zutaten, die ich für sechs Personen brauche. Sobald ich startbar bin, kommt die Frage, möchten Sie mit dem Rezept starten? Ich sage ja und folge den Anweisungen. Wir starten mit unserem Gericht. Unser Wunderkessel sagt, Öl in den Behälter geben. Sobald wir das abgeschlossen haben, bestätigen wir das Ganze hier am Display. Jetzt übernimmt die Cook for Me Plus, das Aufheizen und alle weiteren Schritte sehen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Kochen mit dem Kocheassistenten ist kinderleicht. Bringt Frische, bringt Abwechslung in unsere Haushalt. Wir genießen frische und gesunde Rezepte.